So, guten Morgen und wir kommen zurück. Frisch ausgeruht, geht's weiter. Wir haben frühes um halbe sechs abends oder so. Ne, halbe sieben, oh. Spät auf jeden Fall. Und ja, die Mad machen wir heute noch. Na kommt. Puh, überraschung. Surprise, surprise. Ich brauche was. Ich brauche, was brauche ich denn? Ich kann mich wieder entscheiden, welche Waffe ich will. Es gibt einfach zu viele. Und sie haben alle andere Werte verwirrt. Boah, so mieser Mist, Kerl. Von hinten anschleichen oder was? Ja, das ist my Taktik. Naja, komm. Was wirft er überhaupt? Grüne Schleimbälle aus seiner Nase. Ja, und wir... Wo wollen wir denn hin? Gehen wir auch erstmal da lang. Wann wir gerade schon hier sind. Auf, auf, auf. Okay, wir brauchen... Schlüssel. Drei an der Zahl. Und... Wuh, wuh, wuh. Kann ich da noch was umlegen? Schalter. Nein. Ich kann euch nicht umlegen. Und wir... Und wir... Ach, nicht mein Blut. Und ich sehe den roten Schlüssel. Roten Totenkopf-Schlüssel. Ich nehme ein... Ich nehme ein... umlegen. Aber ich bin gleich umgelegt. Ja, da wollen wir... Ja, da wollen wir speichern. Sicher. Ist sicher. Und... Oh, 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 oh Und was verfolgt mich da? Geh weg! Geh doch weg! Die Skeller sind schon tot und die... Oh, sie ist weg. Ich hasse es, dass diese Dinger mich verfolgen. Wo geht's da lang? Ich wusste, dass ihr unbedingt herausfinden wollt. Jetzt wollen sie es aber wissen. Jetzt wollen sie es wissen. Oh, Mann. Okay. Ich töte euch einfach. Ich töte euch einfach. Soll doch nicht. Ich tue zumindest so, als ob. Okay. Töten. Töten. Ich muss euch töten. Ich will euch jetzt töten. Lasst euch töten. Ich hasse euch. Oh, geht halt weg! Okay, was mache ich jetzt? Ich muss es anders machen. Ich muss es... Der fährt ja mitten aus dem Boden raus. Shibo! Es lebt noch einer. Eins, der lebt noch. So, nein. Es lebt immer noch. Es lebt immer noch! Es ist tot. Es ist tot! Und du? Du stirbst als nächster. Du sollst! Und ich laufe voll nahe. Ich laufe voll nahe. Ich bin so toll. Ich bin so... Ja, wirklich so toll. Und ich mache es mal hier. Gibt es nichts mehr. Okay. Neuer Versuch. Komm. Versuchen wir es doch mal mit dem Raketenwerfer. Und da nehmen wir jetzt BFG und töten keinen. Oh, das gibt es doch nicht! Oh, la, 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 la. Oh, kommst du denn jetzt noch her? Oh, la, 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 la. Lala, la, la, la. Äh, ich will... Ja, grinst mir nicht so blöd an. Oh, ich hasse, wenn sie mich immer so angrinsen. Hehehe. Es ist so viel besser und stärker als ich. Und so viel mehr und ach. Was ist das? Oh, bin ich denn jetzt gelandet? Wieso ist denn ihre Gatling so viel stärker als meine? Oder halten die Gegner einfach nur mehr aus? Weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, die sind stärker als ich. Soll ja nicht sein. Nicht schön. Ist das ein Schalter? Äh, ja. Wofür halt? Nein. Nein. Ah, da ist noch einer. Äh, was bringt mir das? Hm. Äh, keine Ahnung. Aber hier war hell. Wow. Was war das, was das überhaupt für Zeug? Blaues, komische Flüssigkeiten. Schnaps. Selbstgebrannten. Bauer Diesel. Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht rein. Äh, dann muss es wohl wo... Anders weitergehen. Speichern. Äh, ja. Vielleicht ist draußen was aufgangen. Ist du was aufgangen? Nein. Hm, nein. 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 Komm. Ach. Ich weiße, das Spiel hasst mich. Äh, vielleicht woanders. Kommt vielleicht später noch hin. Nicht ins Blut. Laufen einfach drüber. Und dann gehen wir... Gehen wir... Da lang. Ich weiße, das Spiel hasst mich. Oh, ich verliere schon bei vier Gegnern. Oh. Vier... Da hatte ich die Schalte jetzt umgelegt schon, oder? Ja. Vier verkackte Gegner und ich verliere schon. Oh, 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 oh. Ich bin so, so toll. So unglaublich toll. Also wir gehen, wir gehen. Da längs. Da längs gehen wir. Ja, zweimal kriegt er mich nicht. Gar so blöd bin ich doch wieder nicht. Und... Da geht's nicht lang. Da auch nicht. Und darunter... Will ich darunter? Ah, ist bei dir da erschießen. Nein. Massive Felswand. Massive Felswand. Schalte da. Oh. Du Scheiße. Oh, du Unglückliche. Ich mach mich so, dass du so unglücklich... Moment. Hier kann ich campen. Oh, da prügeln sich welche. Das will ich sehen. Oh. Oh. Er war schneller als ich. Und das sind... Keine Gegner? Oh. Was erzähl ich denn da? Natürlich sind da Gegner. Es sind überall Gegner. Das Spiel besteht aus Gegnern. Selbst die Runden sind aus Gegnern. Ich glaube schon, das ist so ein Mist da her. Ich kann sich ja kein Schwein anhören. Oh. Was hast du denn erlebt noch? Ach komm. Ja, ja. Wirf nur den Scheiß. Erstmal hier eine Schale umgelegt. Egal was er bringt. Okay, okay. Sind schon alle umgelegt. Was ist da drin? Okay, Moment. Ich... Die Schalter kann ich ganz weit das mal umlegen. Das heißt, dass sowas immer da drin ist. Ich komm nicht ran. Ganz toll. Und ich hör doch da schon irgendwo... Komische Geräusche. Geh mal aber weiter. Wenn's schon herausfinden, was das für Geräusche sind. Oh ja. Da. Voll ins Auge. Oh nein. Ich schwöre die schlechten Augenwitze. Die lass ich heute lieber mal. Die lass ich heute echt.